Assalamu alaikum. Auch in diesem Ramadan sammeln wir wieder Spenden für unsere Taiba-Gemeinde. Wir haben schon, alhamdulillah, viel Hilfe von euch bekommen, aber leider haben wir immer noch Schulden aufgrund der Umbauarbeiten in unserer Moschee. Und wir sind auf eure Spenden angewiesen. Wir müssen circa noch über 30.000 Euro bezahlen, damit wir inshallah am Ende dieses Monats schuldenfrei sind. Und denkt immer daran, alles was ihr spendet, ist eine Sadaqajariah. Jedes Kind, was hier in der Moschee lernt, dafür bekommt ihr Hassanat. Jedes Kind, was die arabische Sprache lernt, dafür bekommt ihr Hassanat. Jedes Gebet, was hier vollzogen wird, dafür bekommt ihr Hassanat. Auch über euren Tod hinaus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala all eure guten Taten und Spenden in diesem gesegneten Monat annehmen. Amin ya rabbil alamin. Assalamu alaikum.